Es gibt auch in Wien viele Hollywood-Stasen, vielleicht sogar wohl Disney. Natürlich im Grunde wäre es auch ein Künstler. Ja, die wollen berühmt werden oder so, als Hexe oder als Teufel oder irgendwas. Die wollen in die Geschichte eingehen. Ja, natürlich weiß Gott an sich der Gute. Aber es sind nicht so viele. Da gibt es nicht so viele davon, sondern eher so Hexenpersonen oder solche und Nachbarn und weiß Gott was. Hier sind wir eigentlich die Gesichter hey. Nein, ich bedau euch Kokonun. Apa applies was